Am Anfang ist es nichts. Nur ein wenig Musik, eine Bühne und ein wenig Licht. Aber es reicht für eine ganze Welt. Ihre Welt vom Nussknacker oder The Nutcracker and I in der Multimedia-Version der Alexandra Dariescu. Wichtig ist doch, dem Publikum eine Idee von unserer Fantasie zu vermitteln. Und das ist die perfekte Gelegenheit, um die Menschen exakt in die Welt zu versetzen, die mir vorschwebt, wenn ich spiele. Und so nimmt sie uns mit auf ihre Reise in die Welt des Nussknackers. Es ist ein magischer Realismus, eine Brücke zwischen Fantasie und lebendigem Bühnenspiel. Ihr zunächst animiertes alter Ego wird zur Tänzerin aus Fleisch und Blut. Die sich unversehens wiederfindet in einer Schlacht gegen das Herr des Mäusekönigs. Meine Aufgabe ist es, die Animationen mit der Musik zu verbinden, die Elemente zusammenzubringen, auch um die Geschichte und den Charakter zu erzählen. Und das zu den schönsten Melodien der Musikgeschichte. Der Tanz der Zuckerfee. Der Nussknacker und ich, das ist getanzte Poesie im magischen Lichterspiel. Bravo!